Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den JVZ LT55VU2255 Fernseher im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll, Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine LCD-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 Hertz. Beeindruckende Bilder. Erleben Sie Inhalte in brillanter 4K-UHD-Auflösung und testen Sie für 6 Monate gebührenfrei und ganz unverbindlich das HD-Plus-Paket. Der TV unterstützt Aufnahmen mit einer natürlichen Farbgebung und beeindruckender Detailstärfe. Ihr Fernseherlebnis wird dadurch noch realistischer. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 13 kg und hat die folgenden Abmessungen. 124,3 cm in der Breite, 72,1 cm in der Höhe und 8,2 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200 x 200 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 82 kWh pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. Einmal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI, einmal VGA, einmal AV Composite In Audio Video, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna und einmal CI Plus 1.4. Dieses Gerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth. Vielfältige Möglichkeiten. Zahlreiche Anschlüsse wie unter anderem 2x HDMI, USB mit Media Player und WLAN bieten ausreichend Nutzungsmöglichkeiten für Spielekonsolen, DVD-Player und Recorder, zusätzliche Soundgeräte und vieles mehr. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkino-System oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Linux gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Grenzenlose Unterhaltung. Lassen Sie sich begeistern vom vielfältigen Angebot des Smart TV. Ob Serienmarathon, Filmabend oder packende Sportereignisse, zahlreiche Apps und Mediatheken wie zum Beispiel Prime Video, Netflix, YouTube, Twitch, Amazon Music, ARD, ZDF und vieles mehr garantieren beste Unterhaltung für jeden Geschmack. Bei der Nutzung von Streaming-Diensten können Zusatzkosten für Abonnements anfallen. Smarte Steuerung. Steuern Sie den Smart TV ganz einfach mit Ihrer Stimme über Amazon Alexa oder Google Assistant. Ein zusätzlicher Smart Speaker wird benötigt. Ein simples Alexa bzw. OK Google wird zum Kinderspiel. Der Test für den JVC LT55VU 2255 Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Videolink zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder!